Was will sie denn? Mal sehen, was kommt. Was hat sie vor? Gewiss, manches trennt uns, doch viel ist uns gemein. Denn wir tragen und ihr tragt einen Huf an jedem Bein. Was soll der Quatsch, dass einer den anderen hier verscheuche? Dieser Ärger bringt euch gar nichts, als Maul und Klaue in Seuche. Streit will ich hier nicht sehen, lasst uns grasen gehen. Dieser Tag ist so schön, wenn wir uns verstehen. Also vertragt euch und sagt, ja wir stimmen gern ein. Also vertragt euch und sagt, alle wollen friedlich sein. Ihr ernährt euch so wie wir, nämlich ausschließlich vegetarisch. Heu und Hafer frisst auch ihr, warum streiten wir uns hier? Also vertragt euch und sagt, ja wir stimmen gern ein. Alle wollen friedlich sein.